Herzlich Willkommen bei Klagemauer TV. Christgefahr an Europa. Den Zukunftsforscher Gerald Zelland sieht Keguchioa 2012 heraus. Wenn Finanzsystem zur Summebrüche, da geht den Niedergang von den Banken auf den Euro angelegt. Da merkt völlig, dass es von einer Geldkirche, die Lied-Hanat-Liesch gefahrt ging aus. Gefahr von sozialen Anruhen, weil in Drastisch zu, wird die Regierung dazu animiert, Totalüberwachung zu intensivieren. Den Nivellierfenskampf kähen zu Waffengewalt und Auseinandersetzungen bis zum Krieg in ganz Europa feiern. Besser stellt ihn sich mental und ökologisch Dorob an.